Daniel, was nicht mehr so praktisch mehr essen? Franz, an wie viel Ess fliegst du? Zehn. Danke. Was machen wir jetzt zum Starten? Schräg Richtung? Sag mal nichts, du fliegst einfach. Also, so, ne? Ja. Start frei. Zwo vier neunzig. Zwo. Keine Messung. 4,63 4,49 5,60 5,60 5,60 8,60 8,60 8,60 6,60 7,60 8,60 8,60 8,60 9,60 9,60 10,60 10,60 446 Sauber. Sauber Franz, super!